Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge QuickBadWars. Wir spielen ein 1 vs. 1 gegen Platz 1. Crap-Bandie. Hallo! Alter, ich hab mega Schiss, ey, ohne Spaß. Du wirst mich so wegwacken, sag ich. Naja, das glaub ich nicht. Ich glaub ich werd verlieren. Glaubst du echt? Äh, ich weiß nicht. Ich glaub, du wirst mich so easy wegwacken. Ach, ich hab so Angst, Alter. Vor allem, du bist halt einfach in 3 Sekunden in der Mitte drin oder so, ne? Und ich brauch ein Jahr. Bin schon da. Ach, nice. Hast du schon dein Gold jetzt, ne? Ja, ich hab dir zum Glück leider meine Taktik erklärt. Dein Gold, was du brauchst zum Gewinnen. Ja. Alles klar. Ja! Was? Aber keine Sorge, ich hab ja schon mit Kisten eingebaut. Was? Hast du echt? Ja! Willst du mich verarschen, Mann? Wie schnell hast du denn das eingebaut? Alter! Warte, das wird richtig tricky. Das wird richtig tricky, sag ich dir. Was? Ich hab schon gedacht, ich rack dich jetzt. Ah, scheiß, wie ich bin. Nein, ich war immer zuerst das Bett an, bevor ich wegrenne. Echt? Ja. Ja, selbst first, ne? Ja. Sonst kommt jetzt mein kleiner Fix und will mein Bett abfahren. Ja, gut, ne? Ah, Mann. Scheiße. Boah, irgendwie peinlich für mich, dass ich hier in PvP mit dem Eisenschwert gegen dich platzverkackt habe. Ja, aber du, du hattest keine Rüstung. Hatte ich Rüstung an? Äh, ja, Leder. Ah, okay. Aber die hilft ja nicht wirklich viel. Das war YouTuber Pink-Schelle, weißt? Ja, YouTuber-Range. Eindeutig hat man gesehen. Hat man eindeutig gesehen. Alles klar. Mach doch. Ja, gut, dann holen wir halt unsere Betten gegenseitig. Ja, mach doch. Du wolltest ja mein Bett sicher nicht. Ey, ihr habt gewusst, dass du kommst. Mann, ich wollte dich auch pracken. Fuck. Ich hab gedacht, du brauchst noch ein bisschen. Alter, nein, 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 nein. Ja, du hast mich aber ganz schön low gemacht. Ich glaube, ich muss mir leider Gold-App für kaufen. Ach, hör doch auf, Alter, mit dem Scheiß, ey. Änd dann fuck ich den Fix richtig auf. Ah, ich weiß noch, du hast ja im Stream bei mir mitgespielt. Ja, Trick-3-Seltig. Und du hast dich... Was? Er ragt mich einfach. Ey, das gibt es nicht, diese fucking Respawn-Scheiße. Ah, shit. Nein, die... Fuck, Mann. Was soll ich denn da machen, ey? Ich hasse dieses... Ich hab's zwar selber, dieses Respawn-Plugin, aber... Aber es fuckt halt richtig ab. Es fuckt mega ab. Scheiße, ich hab meinen Villager zugebaut. Hast du eine Picke? Nee. Okay, aber der kann mir Zeit lassen. Egal. Alter, das gibt es nicht. So close. Hm. Hm, 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 hm. Wie mach ich das jetzt am besten? So irgendwie gar nicht, würd ich mal sagen. Ah, komm, hast du Glück schon wieder. Das gibt doch Glück. Mehr als Luck hast du doch auch nicht, ey. Ganz ehrlich. Du hast auf jeden Fall die Uhren nicht haben und das Gold. Hä? Die Uhren und das Gold darfst du auf jeden Fall nicht haben. Ah, fuck. Ja, leider, nein. Nice. YouTuber-Range hat man gesehen, hat man gesehen. Ja, wahrscheinlich, Alter. Low-Ground war es. Jetzt hab ich ein Problem. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, ey, ich würd wahrscheinlich immer drauf gehen. Das ist halt immer das Effektivste. Ja, natürlich, aber... Ich kann dich... Ich müsste dich runterschmeißen, damit ich dich einbauen kann, oder so. Ja, ich setz einfach noch mehr Kisten hin. Ich glaub, mein Schein pfeift, Alter. Kannst du hier nicht reinbauen? Nein, was? Hä, wie schnell war ich low? Hab dich auch vorhin mit dem Schwerd gittet. Hey, das gibt es nicht, Leute. Leute, Leute, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall mal oben rechts abstimmen, wer glaubt, das gewinnt, schon konntet ihr schon von Anfang an. Aber ich sag's jetzt nur noch mal. Ich schneid's einfach inspirierend rum. Leute, stimmt oben rechts ab, wenn ihr glaubt, dass ich gewinn. Oder dass Crafting-Annie gewinnt. Platz 1 in Minecraft-Kickbed-Wars. Und es wird tricky. Hast du wieder die Kiste hingesetzt jetzt, oder was? Ja. FIX, wehe. FIX, ich komm nicht zu meinem Villager. Nein! Hey, dein Bett ist eh weg. Dein Bett ist eh weg. Unsere beiden Bett ist eh weg. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Fuck, 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 fuck. Hör auf damit. Hör auf. Hör auf. Geh weg. Geh einfach nur weg, Alter. Ah, shit. Ich darf ihn nicht kaufen lassen. Nein! Bitte, bitte. Du wirst nicht sein, ich sein früher. Nein! Hab ich gewonnen? Ja! Ich hab gewonnen! Wir müssen noch aufmachen, das zählt nicht. Nice, Leute! Alter, FIX, ich hätt's echt nicht gedacht, schäm dich. Was bist du denn für ein Platz 1? Hä? Hä? Was glaubst du, wer du bist? Ja, geweinen. Los, BG. Jetzt ist BG. Nice, Alter, megacool. Wir hängen natürlich noch eine Revanche-Stand dran. Bis gleich. Ja, bitte, zum Glück. So, wir sind in der zweiten Runde und Crafting Andy ist bei Gelb, also links von mir. Oh, okay. Shit, shit, shit. Ich bin echt aufgeregt schon wieder. Ich bin zu aufgeregt, ich hasse es. Vor allem er hat gesagt, er spielt jetzt gescheit und oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie einfach Winston sein scheiß Bett eingebaut hat. Hast du schon wieder Kisten hingesetzt, oder? Ja, ja. Oh Gott, du bist halt safe vor mir in der Mitte. Außer ich verkackte jetzt. Nicht. Komm schon, Leute. Komm schon. Die Macht. Nein! Oh, da ist er runtergefahren. Alles klar, ich bin bei der Hälfte und du bist schon bei der Mitte, oder was? Ja, ja. Ja. Ja, klar. Ich werde zu zerlegt, ey. Ich werde, das war so ein Glück, dass ich gewonnen habe. Okay, so. Das werden wir ja gleich sehen. Ja, komm, du hast eh gleich deine Bridges und von daher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, rede mit mir, sag mir, was du machst. Äh, nix und du? Ja, ich mache auch gar nix. Also, ich stehe gerade rum und schaue ein bisschen den Kran an, ich gehe da gerade hoch und hole mir Gold. Damit du irgendwann in der Mitte kommst. Hm? Ich stehe gleich erstmal bei mir, mein Bett ist gleich weg. Ja, gut. Ah, fuck, fuck. Gelb bist du, ne? Nein, schwarz. Ah, okay. Ja, ich habe gleich dein Bett. Ah, ja, ich sehe dich da gerade langsam in die Mitte zu igeln. Ja, was langsam, ey? Okay. Okay, runter. Kommst du da bitte runter fix? Tschüss. Ja, dann gehe ich halt zu deinen. Mach doch. Viel Spaß. Wenn ich einmal dein Bett habe, dann ist es vorbei. Wenn ich dein Son habe, dann ist es für dich vorbei. Nur so, ich weiß, dass man von der... Du hast ja nicht mal eingebaut, Alter. Was? Bist du schon da? Ja. Ah, shit, wäre ich gleich runtergesprungen, hätte ich dich vielleicht noch bekommen. Ah, ich bin erst jetzt da, geil. Na zehn vor. Ah, da hat er aber gar nicht gut eingebaut. Ah, da kann man ja gleich von der Seite vorbei machen. Ja, ich weiß nicht. Ach, Gott. Oh man, oh man, oh fuck, Leute. Wenn ich jetzt doch mal holen, ne? Das ist halt peinlich dann. Äh, ich bin irgendwie aufgeregt. Du machst das immer mit Absicht. Was? Du willst immer mit mir, dass ich nachher aufgeregt bin, dass ich nachher verliere. Oh, ja, ich würde echt aufpassen, ey. Dein Ruf ist komplett im Arsch, wenn du gegen mich verlierst. Dir ist schon bewusst, dass ich der schlechteste Bad Wars Spieler überhaupt bin? Ah, nein, du bist gut. Wenn gleich mit der für dich easy ist. Naja, easy war der jetzt nicht. Was? Ah, alles klar, Alter. Hä? Du hättest mich easy bekommen jetzt. Ich weiß, das war jetzt ein Fehler von mir. Nein! Das war ein Fehler von dir. Nein! Ich hätt fast Block-MLG gemacht. So knapp. Oh, man. Fixes GT. Okay, Leute. Letzte Runde 1 zu 1. Jetzt alles entscheidendes Spiel, ey. Bis gleich. So, wir sind in der dritten Runde. Es ist zwar noch einer drin, aber scheißegal. Wir ignorieren den jetzt einfach. Falls wir den sehen, töten wir den oder so. Der kriegt einen Bun. Und, ja, der kriegt einen Bun. Wie wärst du, wenn wir gleich als Erster auf den gingen würden? Ah, wollen wir? Illegal-team. Ah, nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir haben uns wahrscheinlich eh schon getötet, bis der überhaupt irgendwas macht. Von daher. Ist das egal, oder nicht? Ja, schon. Auf dem Web hab ich ja Trick360 bei dir gemacht, wenn wir im Stream gespielt haben. Das war schön, Leute. Wenn ihr den 24-Stunden-Stream noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Komplett, bitte. Nee, Leute. Du hast mich echt mega verarscht, dann. Er war mit mir im Team, ist vor mir gerannt und hat so schnell Trick360 gemacht, dass ich nicht ercheckt habe. Also, ich mach immer Trick360. Ich renne am Weg. Ich war schon vor mir, indem ich rein ins Loch. Und dann, ja. Dann fahre ich mich um und platziere einfach die Blöcke. Und ich hab gesehen, dass du eine Ente bist und das jetzt noch in der Mitte passt, indem ich schon in der Mitte bin. Ja, nice. Ich hab aber gerade gefehlt. Ich hab's gesehen. Beim Mondstecken. Das kann doch nicht sein, ey. Wo bist du? Ja, in der Mitte. Okay. Jetzt lächelt in der Base. Alter, Leute. Mann, ich verliere so hart. Ich sehe sicher schon die Hater-Kommentare hier unter deinem Video. Warum? Top 10 spielt mit Gold. Das war für mich auch schon. Echt? Ja, ja. Dass du mit Gold spielst, hate it oder was? Top 10, warum spielst du mit Gold? Das ist kein Skill. Ich find das so dumm, Alter. Ich find das so dumm. Es gehört einfach zum Spiel. Wieso sollte man das einfach nicht benutzen? Genauso wie Bogen, ne? Bogen in normalen Bad-Wass ist zwar ein bisschen abfuck, ne? Aber es ist erlaubt. Es ist erlaubt und es ist im Spiel drinnen. Wieso sollte es nicht nutzen? Das kann jeder Spieler benutzen und... Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Egal auf Hater. Ich will mich nicht einreden, aufregen. Ja, ja. Hater sind nichts wert. Ja. Oh Gott. Nur weil sie selber nicht so gut spielen können. Nooo. Aber das sind dann genau die, die dann wahrscheinlich auch des Todes spammen mit dem Bow und so. Ja. Die dann nur irgendwo bei Leuten sehen, oh da kann das ohne, oh das. Ja. Wird schon. So. Okay, warte, ich geh glaube ich zuerst auf den Gegner, wegen der steht glaube ich eh nur AFK und du bist halt auch schon in der Mitte und hab Gold gesaved, sowieso, Schatz. Ja, ist ja wurscht, ob der lebt oder nicht. Wir können uns... Das können ja dann am Schluss machen, oder nicht? Ja, aber wenn ich dich jetzt zum Beispiel rag... Dann. Ja, okay dann, ich sollte schon aus für dich. Ja, wenn du meinst, dass du es schaffst. Das glaube ich nämlich nicht, ne? Du weißt nicht, mit wem du... Oh Gott, fuck. Du weißt nicht, mit wem du hier spielst. Ja, mit einer Rüstung. Danke, bitte, mein... Nein, lass mich in Ruhe. Ich will einfach dein Bett, danke. Ja, okay. Mach das. Viel Spaß. Alter. Dix, dein Bett ist weg. Ja, echt? Na, ich wollte es dir nur noch sagen. Okay, ich sehe dich gerade. Ja, ich werde zurückgepackt. Ich hasse das auf Bridges. Bist du tot? Ja. Echt? Ja, aber man sieht sich im Chat, weil man runtergefallen ist. Oder weil ich noch keinen Schaden bekommen habe. Ah, du laberst doch eh scheiße, ey. Ich weiß nicht. Du laberst deinen Bullshit. Nein. Ach. Nein. Nein. Oh mein Gott. Schau, mich zittert. Ah, man sieht es gar nicht. Ich bin extrem nervös. Ich hab es. Warum fahrte ich mich ein wie du bin nicht? Was? Hast du sicher gesehen und hast mir gleich... Du hast mir zwei Heats gleich am Anfang gegeben. Alter. Aber fix es BG. Fixes BG an dich auf jeden Fall Leute Es liegt nicht an mir Ich glaube es liegt nur an deiner Nervosität Dass du gegen mich verlierst Das wird glaube ich noch ein Rematch geben Wenn ihr ein Rematch sehen wollt Dann Ihr wisst es Lasst mal 5000 Daumen oben da 5000 wäre schon krank Schafft ihr 5000? Nein, schafft es nämlich nicht Sagen wir mal 1000 Bei 1000 machen wir noch ein Rematch Und Leute schaut auch unbedingt bei ihm auf dem Kanal vorbei Da kommen jetzt Gameplays und Commentaries Oder nur noch Commentaries Und Let's Plays und so Dann könnt ihr bestimmt ein Quick Bad was lernen Da wird jetzt eh bald ein Video kommen Ich töte mich einfach selber Was ist los mit mir? Er hat einfach nichts gemacht Ich hab gedacht Er ist keiner der Gewinner Ich wollte Trick 360 übersuchen Er hat sich heimgefahren Und du warst nicht in der Welt Warum baut die dann so schnell ab Leute? Hä? Das heißt ja Das musst du noch in Zeitlupe einblenden Ohne Scheiß Leute Wenn es euch trotzdem gefallen hat Lasst einen Daumen oben da Abonniert meinen Kanal Um nichts mehr zu verpassen Und schaut unbedingt bei Lureax vorbei Oder Crafting Andy Wie man auch immer Dich nennen mag Und Ja Unter in der Beschreibung verlinkt Und dann sag ich einfach nur noch Tschüss Bis zum nächsten Mal Und Tschüss Tschau